Heile Selassie, der Kaiser von Abessinien, macht durch die moderne Verwaltung und Organisation seines Landes von sich reden. Westeuropäische und amerikanische Sachverständige beraten ihn. Mit Vorliebe besucht er Negus, Schulen und andere Erziehungsinstitute und oft greift er dabei persönlich in den Unterricht ein. Der englische Feldmarschall Montgomery kam kürzlich zu einem Staatsbesuch nach Addis Abeba, der Hauptstadt des Landes. Bei dieser Gelegenheit defilierten Abordnungen abessinischer Truppen vor dem Hohengast.